Der 1. April 14. Der Tug ist ein Liff, die Rasenminger. Er hängt in der Sattung mit wie viel Zirikotunga im Flakke und es war schon ein Ghetto. Wenig in Zusanne gewinnen unsere Helden in den Mortierer, und doch haben sie geführenden Mut und Gewirre sich gegenstellen, die modernen, bewundeten Deutschen. Mit Bensinfläschlach und mit heimisch fabrizierten Granaten seien sie gegangen gegen die deutsche Tanken. Tag und Wochen hat das Ghetto gebrennt. Die Deutschen haben aufgerissen Häus nach Häus, aber die Helden haben sich nicht übergegeben in der Händensäune. Von allen Eckenbeulen, von allen jüdischen Eschinen in der Welt ist mir gekommen ausrufen die Gefühle von Liebe und Achtung der Munde in keine Kämpfe. In Ordnung dem Marsch zum Wörschewer Ghetto ist vor allem die Bestätigung, als die Sache, vor welches eine Gefangung behelden, lebt. Das Volksdemokratische Poeln lebt und das hibische Volk lebt. Der Zug geht vorbei dem Käfer von unbekannten Selda. Du, riet du's Arsch von dem unbekannten Kämpfer vor Peulens Unabhängigkeit und Freit. Du, riet du's Ort, wo sie's hellig vor alle, wo's umgegeben sehr Blut vernei und Freit weulen. Es legen Grenz der Zekar von die Iden im Poeln, Vorsteher vom jüdischen Weltkongress. Musik Dazu geht vorbei die Willeinskegas. Musik Es gehen jüdische Keulengräber. Der Zug dann ändert sich zum Schäter, wie es hat sich mit Fünf Yuzirik aufgespielt. Eine von die scheuderlichsten Tragedies von der Geschichte vom jüdischen Volk. Stavkigas. Annoidus gewesen ein Gedicht bei Wontigas von der jüdischen Warsch überlasse. Ort ist der Platz, wo sie's in der jüdischen Martyrologie verblieben mit dem Scheuder nummen Umschlagplatz. Von dannen hat man doch täglich rausgeführt tausende und sämtliche tausende Iden zu die Eumens von Majdanek und Treblinkli. Jeder Stein ist dort aneides von die schrecklichste menschliche Beine. Dort haben wir ihm der letzte Weg von die Warschauer Iden. Auf dem Platz kommt jetzt vor die Enthielung von Akechtubu. Der Mundechtubu wird anthielt durch Vizevorsitzender von CK von die Iden in Beulen, Fischgrund. Und dazu geht weiter. Ort ist den Alefkes. Der Nomen rief sich hoch mit zitternden Herzen von jedem Jid. Und sie gewinnt die tunneldickste Gas in einem urgen jüdischen Warschein. A Zinn geht dazu zwischen zwei Reihen ungeworfene Steine und Ziegel. Die Gas drückt jetzt dem Nomen Gas von die Ghettohelden. Die angehobes Reihen erzählen wegen dem über der menschlichen Kampf die letzte Ghetto-Einwohner. Sie sind in ihm gekommen, aber sein Kampf ist nicht gewinnt und sie sind in ihm gekommen, Sister. Es geht die Jugend mit festem Trott an nicht gebrochene die Orschen von die Ghettohelden mit seiner Marsch und mit seiner Marsch zum sie hat das jüdische Volk lebt. Die Jugend marschiert vor euch zu der Zukunft. Der Zug ist beim Denkmoor. Der Platz Arim in Arim ist verfletzt von Menschen. Das ist beim Denkmoor. Das ist beim Denkmoor. Das ist beim Denkmoor. Der Hochdoktor Kahane macht der Hesbett. Der Vorsitzende von der Ghetto-Einwohner Prof. Sack, der Vorsitzende von CK von Dienem Polen, Dr. Adolf Bermann, lehnt dem Erektieakt von Denkmull auf Polisch. Generalsekretär von CK, Joel Lasebnik, lehnt dem Erektieakt auf Yiddisch. Das redet der Bildungsminister Krzeszewski. In Namen von der polische Regierung geht auf Kuvet aller Anteilnehmern, die Heldische Kampfe bei der Verteidigung von Warschewer Ghetto. Breuz, a größer Idee, hat gekennzeichnet von dem Heldischen Akt, wie der Aufstand im Warschewer Ghetto. Der Bildungsminister enthielt, dem Denkmull von der jüdischen Gewirre, die St. Hild. Der Dunenharz von der modernen jüdischen Warsche, auf Ruck, Gensche und Samenhofgas, es gibt neben dem Stehen der Märkte Geredes von jüdischem Widerstand. Mit fünf Juts Rekord zu druck gespielt, das tragische Gerango von der letzten Ghetto-Kämpfer mit der hitleristischen Wandelmacht. General Kuschko, in dem polischen Militär, dekoriert mit dem heuchten Grunwaldkreis von 2. Madrige, dem heldisch gefangenen Kommandant Mord Janeliewicz. Es werden auch ausgezeichnet mit Grunwaldkreis 3. Madrige eine ganze Reihe Kämpfer in die Ghetto-Sympartisanten-Ubteilungen. Vize-Vorsitzender von CK, Professor Sack, geht über dem Erektierakt dem Stuttpräsident Tolvinsky. Der Stuttpräsident dankt vor dem größten Covid. Es redet der Deputat von englischem Parlament, Sidney Silverman. Is not alone a memorial to the heroic death? It is a challenge and a warning to the living. Dr. Avrum Levinson von Eretzisroh. Das ist ein auf jüdischer Denkmal. Das ist ein auf weltlicher Denkmal. Mikunis, Generalsekretär von der Kommunistischen Partei in Eretzisroh. Kichtor notet die Gestalten aus gehamerte Hölfendenkmal. So als sich ein kritzender Neuer Sekuren, die Peenemer von unserer alten und jinge Helden und Heldins, sähe alle seine Gefahren mitnommen von unser Volk auf seere Lippen. Das Volk wird auf ewige Zeiten rupiten mit Sitte und Dankbarkeit dem Undenk von seerer Heldigkeit. Ewig, wenn seere lichtige Gestalten brennen in se kurven Volk. Das hüdische Volk wird seine Helden nicht vergessen. – savior Griffin – Vielen Dank.